Die Paw Patrol rettet die Welt. Hallöchen! Es ist ein brandneuer Tag in der Abenteuerbucht. Schau, hier ist Chase. Gut, dass du da bist, Chase. Ich habe irgendwo in der Nähe des Lockouts mein Weltpad verloren. Kannst du mir bei der Suche helfen? Perfekt! Fahre jetzt zum Weltpad. Du hast es geschafft. Danke, Chase. Nimm dir ein paar Hundeleckerlis. Sammle genug Hundeleckerlis und du gewinnst einen Preis. Es gibt noch ein paar mehr rund um den Lockout. Schnapp sie dir. Unglaublich! Ups, das Vogelhaus ist drunter gefallen. Weiter so, Welpe! Gut gemacht, Welpe! Du hast eins gefunden. Reparieren wir es. Nur noch ein wenig mehr. Richtig so, Welpe! Nur noch eines und wir sind fertig. Weiter so, Chase. Wundervoll! Ein Vogel in Not bedarf wirklich einer... Das ist das letzte Vogelhaus. Los geht's! Du schaffst das, Welpe! Gute Arbeit, Welpe! Du hast es geschafft! Schöne Banken! Oje, sie ist kaputt! Chase, kannst du sie reparieren? Super! Bring es zur kaputten Bank! Tolle Arbeit, Welpe! Da ist sie! Okay, Zeit, sie zu reparieren! Danke für eure Eile, Welpen! Die Grupe des Zuges hat die Kühe von Bauer L erschreckt. Sie sind in die Stadt hinausgelaufen und wandern umher. Wir müssen Bauer L helfen und sie zurück zum Zug bringen, bevor er abfährt. Sky, du musst die Kühe aus der Luft ausfindig machen. Okay, die Paw Patrol hat eine Glückssträhne. Paw Patrol zum Lockout! Danke für eure Eile, Welpen! Die Grupe des Zuges hat die Kühe von Bauer L erschreckt. Sie sind in die Stadt hinausgelaufen und wandern umher. Wir müssen Bauer L helfen und sie zurück zum Zug bringen, bevor er abfährt. Sky, du musst die Kühe aus der Luft ausfindig machen. Okay, die Paw Patrol hat eine Glückssträhne. Sky in! Kuh-Mouflage! Also gut, Sky, lass uns die Kühe für Bauer L erfinden. Du hast eine gefunden! Kuh entdeckt! Kuh entdeckt! Kuh entdeckt! Du hast eine gefunden! Erwischen! Dort ist eine Kuh! Du hast eine gefunden! Tolle Arbeit, Sky! Bauer L wird erleichtert sein! Kuh entdeckt! Kein. Paw Patrol zum Lockout. Danke für eure Eile, Welpen. Ein Sturm ist über Jumis Bauernhof hinweggezogen und hat die Hühner aufgeschreckt. Die Hühner sind davongelaufen und jetzt überall verstreut. Wir müssen Bäuerin Jumi helfen, sie zusammenzutreiben. Jakes, ich brauche dich, um die streunenden Hühner mit deinem Megafon zusammenzutreiben. Okay, die Paw Patrol hat eine Glückssträhne. Kreise um den Stall herum. Vielleicht findest du dort Hühner. Hey, da ist Henrietta. Hallo Henrietta. Tolle Arbeit, Jakes. Bäuerin Jumi wird sich freuen. Die Paw Patrol rettet den Tag. Bürgermeisterin Gutherz hat ihre Handtasche verloren. Kannst du die rosa Handtasche finden? Da drüben. Das sieht aus wie die Handtasche der Bürg. Was für ein Spürwelpe. Bringen wir sie zur Bürgermeisterin. Bürgermeisterin Gutherz ist erleichtert, dass du ihre Handtasche gefunden hast. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein.